Auf Donnerdach 10 Oktober 2024 ist in der Gemeente Krippe an Eichel natürlich vertrokken von Dania Gornelistan, geboren zu Hendrik Ido Amracht auf 2 April 2020 und Susanna Antonia, geboren zu Gouden auf 25 April 2020. Zij werden daartoe verklaard dat Elkonda aannemend als echtgenozen en getrouw alle plichten zullen vervullen die de wet aan de huwelijkste staat verbindt. Weine aad de Amtsenheer van de Boechle-Gestand, eis verkeiest ik dat me saai du lewans van de huwelijk, dat ik gaes even mondaf. Go Bischof! Weine aad de Amtsenheer van de Boechle-Gestand, der Gemeente Klimt- und IJssel. Haben Sie ein Ja gesagt? Dann machen Sie auch an Ihren Glocke mit. Geloof de Heer in mein Ziel, und immer in IJssel sein Heiligen Namen. Geloof de Heer in mein Ziel, Vergeet Degene von Ziemel zu haben.